Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Reaction wieder auf dem Kanal Casincredible mit dabei! Same here! Und zusammen gucken wir uns ein neues albanisches Lied an und zwar ist es von... DJ Gimi und Alketa Genau, Do-Ti-Kalim, DJ Gimi macht schon ein paar geile Lieder, ne? Richtig cool! Ja, richtig geile Lieder! Oh, ich hab die noch nicht eröffnet! Schell nachholen! Und ja, fangen wir mal an! Das Lied ist gestern rausgekommen, ist von deutschen Trends! Richtig nice! Fangen wir mal an! Geht nur 2 Minuten 20! Die sind meistens kurz bei denen! Ich hoffe das ist geil! Stimmt! Gimmi, 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 Yir! Ooohh, diese Mikrofon! Yes! Ohhhh! Diese Stimme Krassere Stimmeatze! Müscht mal so mittanzen. Oh, oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich so traditionelle albanische Kleidung. Ich hoffe, dass ich höre so. Also, in dem Video wird viel mit Feuer gespielt. Also, ein Lied, was man sich laut im Auto anhören wird. Wo man eigentlich einfach gut tanzen kann, ey. Das ist auch so ein Lied, was jeder im Balkan so feiert. Egal, ob man so steht oder nicht. Ich kenne die Singlin gar nicht. Ich auch nicht. Weil ihr weitere Infos habt. Und mach mir den Papa, ey, Konyo, ey. Na, yamore no mas, mire no mes. Cool. Ein kurzen Werkes Lied ging echt ab. Aber es ist schon aus Spotify. Nice. Direkt mal runterladen, ne? Gib mir ein Like, richtig nice. Gefällt mir. Wieder ein Mal. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Vergiss nicht zu abonnieren, falls ihr weitere albanische Musikreactions sehen wollt in Zukunft. Wir haben auch sehr viele gemacht, also guckt mal vorbei auf dem Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, healthy und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.